So, da sind wir wieder. Äh, war's das jetzt schon? Summe auf 64? Tatsache! Und ready to go. Äh, das kann... Oh, ich hab sogar drei mehr rausgekriegt. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wo baue man natürlich den... die Farm hin. Ähm... Jetzt muss ich mal was gucken. Nein, das ist alles noch auf Standard. Gut. Ähm, ich brauche äh... das da. Ich brauche das da. So. Wir wollen das ja ein bisschen schön bauen. Ähm... Der ist eins, zwei, drei hoch und drei breit. Also... Reicht das so hier vollkommen aus? Eins, zwei, drei, vier... Fünf. Soll ja schnieke aussehen hier. So, dass der Block kommt zurück, denn der muss so sitzen, ne? Dann wird halt hier hinten ganz normal zugebaut. Und damit es schnieke aussieht... Äh... Kann man... Yay! Die kann man ernsthaft so platzieren. Geil! Das gefällt mir hier gerade. So... So... Läuft! Haha! Geil! Ja, komm. Ey, das war falsch. So... 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 Und so... Ey, das hat was. Das sieht auf jeden Fall nice aus. So... So... Was futtern. Einmal hier runter und nach... Uuuuuhh! Kommt! Uuuuhh! Auf Speed, äh... Skelett und Tschüssi! Hehehehe! So... 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 Head... Ender! Vier Stück! Ja... Vier Stück! Ah... Äh... 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 So... Hier muss dann noch ein Fahrstuhl her. Leider Gottes... Wo ist er? Da ist er! Tschüssi Koski... Und zu dir gleich auch Tschüss. Elevator wo sind meine ganzen Elevator hin egal bauen wir uns später komm hau mal mehr raus hier kann doch nicht sein ein verdammter Block ernsthaft man 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 da fehlen zwei läuft das braucht halt trotz Octatic Capacitator extrem lange das ist naja egal ist nicht so schlimm hier ist nichts mehr drin da ist nichts mehr drin hey kann ich dich nicht hüten was machen wir jetzt in der Zeit bis es hier mal vorangeht ach nee ich müsste vielleicht wirklich mal ausleuchten hier eins zwei drei vier jetzt bin ich am überlegen lassen wir das überstehen und lassen wir das so wir machen aber eins nach oben höher die sind alle weg ich wüsste vielleicht mal anfangen dort oben auszuleuchten damit sowas nicht passiert so da kommen die nächsten zwei Blöcke eins zwei drei vier also dann so genau wo sind meine Elevator hin egal die werden sich wobei ich kann auch mal ganz schnell welche Craften hier Elevator wir nehmen natürlich weiß eins zwei so das kann alles erst einmal hier rüber das brauchen wir jetzt nicht mehr das auch nicht die nächsten sechs das müsste ein bisschen schneller gehen ich hätte es auch in die Schmelze hauen können wisst ihr das dann müsste das eigentlich auch gehen ich guck das jetzt mal nach hier das müsste doch auch in der Schmelze gehen das ist ein Beschiss Ender IO da müsst ihr euch auf jeden Fall noch was überlegen dazu so eins zwei nach vorne und dann dort wieder hoch gut jetzt warten wir bis das unten fertig ist damit wir den Rest herstellen können und in der Zwischenzeit ganz ehrlich ich weiß es nicht wir können ja mal nach meinem Hühnchen gucken ja Eier haben wir mehr als genug ja das floriert alles Gaia möchte ich ja demnächst auch besiegen wo andere nach coaster-geladen was bräuchte man denn noch eigentlich nichts mehr von hier endertank endertest das braucht man nicht. Netzwerk-Konduit braucht man nicht. RF-Kindingsbums braucht man nicht. Inventory-Sensor braucht man auch nicht. Painting-Maschine. Hammer, jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen, wie ich den Boden hier baue. Was für Blöcken. Ey Arschloch, ich seh dich. So, da waren sie weg vom Fenster. So, auch diese kleine Mini-Insel da oben, die irritiert mich jedes Mal aufs Neue. Wie? Oh, was? Warum? 1, 2, 3 und dann geht das hier hoch. Genau. Habe ich noch Soul Sand. Ja, dann können wir das ja mal aufbauen. Damit wir ungefähr wissen, wie das sein hat. So. Ich hoffe nur, dass der Tower dahinter nicht beschädigt wird. So, dann haben wir hier. 1, 2. So und so. Der dritte bleibt erstmal außen vor. Ich habe keinen Bock, das Ding jetzt schon zu spawnen. Äh, das können wir erstmal hier reinhauen. Ja, aus was für Blöcken bauen wir mal die Insel. Aber unten kommen ja auch komplett neue Blöcke hin. Natürlich mit Painted Glowstone. Das muss sein. Äh, hier Essenzen. Euch sammle ich jetzt einfach mal ein, Blöcken, denn ich habe gerade lange Weile und muss eh warten. So. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, fertig. Oh, da muss noch ein bisschen was rein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du bleibst bitte aus. Das war mir jetzt nämlich klar, dass das passiert. Genau, du legst jetzt erstmal schön los hier. Da wir aber noch ein bisschen was davon haben. Äh, zwölf das passiert bloß. Ja gut, besser als gar nichts. Dieser sowieso ausgeschaltene. Äh, hallo? So. So, jetzt. Das, das, das und das dort hin. Das da hin. Wie sieht es hier drin aus? Da ist immer noch Jetpack und Rüstung drin. Wie sieht es beim Gold aus? Das ist leer. Mal ganz kurz hier stecken. Ja. Ja. Und hier drin haben wir halt immer noch mehr als genug. So, das Elektrum kommt jetzt als erstes mal raus. Ja. Ja. Was machen wir noch? Was haben wir hier hinten noch drin? Gut. Das kommt da rein. Das ist dann leer. Hier liegt auch nichts drin rum. Meine XP können erstmal alle da rein. Hm. Hm. Ansonsten brauche ich erst einmal nichts mehr. Das ME kann ganz in Ruhe volllaufen. Aber irgendwas kann man aus den Dingern machen. Das weiß ich. Das wurde mir gesagt. Wenn ihr Smauzen hört, es tut mir leid. Das ist mal wieder die Katze von meiner Ex-Partnerin. Die einfach nicht gut sein kann. Und Start. Denn du brauchst da sowieso ein Weilchen. So. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Genau. So. Dann kann man wieder eins. Oh. 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 Mir fehlen die äh 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 Säune. So. So. Wenigstens ein Block. Ja. So. Ähm. Jetzt ist es gleich. Ja. Dann warte ich jetzt bis das durch ist. Und. Dann machen wir damit weiter würde ich sagen. Und. Ja. Also ich warte jetzt. Ich baue hier noch ganz kurz ein paar Fackeln auf. Damit hier oben nichts auf die Schnelle was spawnt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Ähm. Ja. Bis dahin. Bis dahin.